Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Dienstag, der 18. Juni 2019. Heute ist die Geek Talk Daily 637 an der Reihe und ich habe heute die folgenden Themen für euch bereit. Deutsche Banken, Face ID, MacBooks, 1,6 Milliarden, Milliarden Höhe, was für ein Wort und HomeKit Secure. Ich beginne gleich mal mit dem ersten Thema und das hat irgendwie so einen Fadenbeigeschmack. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die alten, eingesessenen Banken in Deutschland keine Möglichkeit mehr sehen, außer so vorzugehen. Denn sie unterbrechen Zahlungen an N26, Revolut und ähnliche Dienstleister, die es neu so in diesem Internet gibt. Der Grund dahinter ist ganz einfach. Es gab in letzter Zeit mehr, wie sagt man dem, Probleme oder Betrugsfälle im Bereich Geldüberweisungen etc. Und da sind natürlich die bösen neuen Schuld, denn die haben nur eine sehr, in Anführungszeichen, lasche Registrierung und generell Verifizierung der Person, die dahinter steckt. Heisst jeder zweite wahrscheinlich oder dritte, der sowas nutzt, ist ein Böser, ein Verbrecher. Ne, das war jetzt sehr, sehr, sehr grob gesagt. Aber ja, ich hoffe es ist nicht so und ich hoffe es ist wirklich so, dass eben zu viele, zu viel Schindluder über die Wege getrieben wurde, dass man da jetzt einen Riegel vorschiebt. Was ich noch weniger hoffe ist, dass das in der Schweiz die Banken auch beginnen, sowas zu tun, weil, ne, nicht, bitte, würde ich doch sagen. iCloud.com und Appleid.apple.com zwei Webseiten, die eine neue Login-Möglichkeit haben. Zum einen in der Beta 12.4, die ihr noch nicht auf eurem Smartphone habt, weil eben Beta. Und auch in der iOS 13, der neuesten Version, ist eine Möglichkeit aufgetaucht, dass man sich bei den besagten beiden Webdiensten neu jetzt alternativ mit FaceID einloggen kann. Das heißt, das Passwort direkt mit der Registrierung des Kopfes oder eben der TouchID und nicht mehr mit dem Passwort eingeben. Klingt sehr, sehr spannend, vor allem wenn man auch bedenkt, dass nachdem die BBC durch ist, einige Entwickler von WordPress-Plugins sich zu Wort gemeldet haben und meinten, sie wollen da was in die Richtung coden. Da würde ich mich doch auch freuen, wenn ich mich so einfach in meine ganzen Blogs einloggen könnte. Dann hat Apple noch ein paar Geräte eintragen lassen. Dieses Mal ist es der Registrar der Eurasischen Wirtschaftsunion-Kommission. Und da wurden sieben neue Geräte eingetragen. Allesamt beginnen sie mit einem A und es sind Geräte, die mobile oder besser gesagt portable Computer sein sollen. Somit könnte es sein, dass nach dem kleinen, also so klein war das Update ja nicht, nur ein schleichendes Update, aber zumindest nicht ein riesen Update, vor kurzem mit den MacBooks jetzt doch noch ein bisschen mehr hinten nachkommt. Man munkelt das 12 Zoll MacBook, das ultrakompakte, was Apple vor zwei Jahren das letzte Mal geupdatet hat und vielleicht auch ein bisschen grössere Mac Pros mit 16 Zoll Display und so weiter. All diese Dinge werden ja schon länger spekuliert. Wir dürfen gespannt sein, wenn dann die Geräte auch im Markt eintreffen. Wir werden es euch auf jeden Fall mitteilen. Dann gibt es Zahlen zu Apple und zwar wieder mal ein Meilenstein. Apple hat es in den zwölf Jahren, die sie jetzt auch schon auf dem Markt sind mit dem iPhone, geschafft, das erfolgreichste einzelne Produkt damit zu generieren. 1,6 Milliarden Geräte wurden insgesamt, also iPhones, Smartphones aus Apple, verkauft und das ist schon eine heftige Zahl. Wenn man dann noch dazu rechnen würde, die iPads, die iPod Touchs und die Apple Watches dieser Welt, also allesamt die Geräte, die auf iOS Basis laufen, ist man sogar bei 2,2 Milliarden iOS Devices, die man verkauft hat seit dann. Und davon sollen anscheinend, und das sind wieder mal Schätzungen, 1,5 Milliarden aktuell im Gebrauch sein. Das sind natürlich schöne Zahlen von einem einzelnen Hersteller und da könnten sich einige eine Scheibe, oder möchten sich sicherlich einige eine Scheibe davon abschneiden, weil ja, das ganze Geschäft hat einen Erlös von einer Billion US Dollar zusammenbekommen. Das sind heftige, heftige Zahlen. Auch heftige Zahlen hat Huawei zu beklagen, nachdem man eigentlich jetzt seit Trump das Ganze angetreten hat, immer große Töne gespuckt hat von wegen, wir überleben das und wir sind stärker und sowieso im Recht und so weiter, kommen jetzt ein bisschen leisere Töne aus Richtung China. Ja, das Ganze tut ihnen weh und zwar so stark, dass man nicht 125 wie anvisiert für 2019 Milliarden Dollar erwirtschaften wird, sondern insgesamt 40% weniger. Das, wenn das wirklich so kommen wird, ist natürlich heftig. Und dann ist die Frage, wie es weitergeht. Wir werden euch auch da sicherlich auf dem Laufenden halten, wenn es da Neuigkeiten dazu gibt. Zu guter Letzt habe ich nur noch ein Thema und dabei geht es um den HomeKit Secure Video-Geschichte, die Apple an der WWDC vorgestellt hat. Da haben sie ja drei Partner bekannt gegeben und der erste ist jetzt Logitech, der davon das Ganze ein bisschen genauer umsetzt, nämlich es geht um die ganzen Smart Home-Geschichten mit Video, wo eben die ganze Videoaufnahmen nicht mehr auf deren ihren Servern laufen, sondern in der Apple iCloud, also somit sicherer. Und da hat jetzt Logitech bekannt gegeben, dass per Ende Jahr noch ein Firmware-Update kommen wird, wo das Ganze nachgereicht wird. Aber, in Anführungs-Schlusszeichen, nur bei den kabelgebundenen Lösungen, bei denen diejenigen ohne Kabel, ist dem nicht so. Und da bin ich froh, ich habe ein Kabelgebundenes. Also somit, ich werde es per Ende Jahr dann mal austesten können und bin da schon sehr gespannt. Wer sich darüber informieren möchte, was genau HomeKit und der iOS 13, dem kommenden mobilen Betriebssystem, so bringen wird, ein Beitrag ist verlinkt in den Shownotes und logischerweise auch auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher, wo ihr den Podcast hier anhört. Da könnt ihr nachlesen, was genau da aktuell Sache ist, was bekannt ist. Und den Beitrag werden wir natürlich auch weiter ausbauen, sobald neue Daten und neue Zahlen bekannt sind. In diesem Sinne, das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute am Dienstag für euch hatte. Ihr merkt, ich bin müde. Ich muss ab ins Bett. Euch einen guten Start in den Tag. Ich freue mich, euch auch morgen wieder zu hören. Genießt den Tag, seid erfolgreich und ja, geht in den Keller wie ich, denn es ist viel zu heiß da draussen. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geektalk. Schönen.